Hm, wer das Katzenfutter wohl umgestoßen hat, komm mal zu mir. Was war das hier? Hast du das Katzenfutter umgeschmissen? Hm? Freust du dich jetzt auch noch? Du freust dich auch noch darüber? Guck mal, freust du dich? Fandst du das witzig? Ist das lustig? Das ist nicht witzig, ist das? Du brauchst dich gar nicht so zu freuen. Du brauchst dich gar nicht so zu freuen. So, geh mal ab jetzt hier, geh mal ab.